Guten Tag. Guten Tag auch. Challenge für euch. Könnt ihr nur anhand der Fingerbewegung erkennen, um welche Songs es sich handelt? Es wird ein bunt gemischtes Feld sein und wir sind gespannt, ob ihr alles erraten könnt. Schreibt eure Antworten in die Kommentare. Und wer alle drei richtig hat, der hat alle drei richtig und darf uns ein Mitmachwochvideo schicken. So schaut's aus. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like, ringt die Bell und schickt uns eure Videos. Infos dazu findet ihr in unserer Kanal-Info. Und jetzt üben, 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 üben. Und mit Film nicht vergessen. Kamera läuft. Moment, 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 warte, ich muss dir ja eine Lampe einschalten. Und zwar kriegst du natürlich eine Eigenfarbe. Okay. Und zwar ...